Rutz, der isst du? Abo, ich schwöre um alles, ne? Oh, wunderbar im Alter! Die scheinen Gudebeere abgepackt, Alter. Ich schwör's euch, ich schwöre um alles, die Gudebeere ich abgepackt. Nur was ist das heute? Dann haben die das so getan. Digga, musst du wehen lassen? Digga, du hättest auch einfach alles sagen können. Digga, mein Bein ist voll mit Blut, Alter. Seht ihr das, wie du siehst? Naja, die Gude wandelt sich durch das Haus. Mein Gott, den auf einmal hat er und der ist schief. Voll versprochen. Ganz klar, Hitbox, Bruder. Hitbox, Hitbox! Fuck yeah! Bläh, ich sterbe doch gleich, Alter. Wow, wie viele! Wow! Oh Mann, da zick zack! Ja, komm, Alter, Digga! Ja! Ja, ich muss jetzt raus machen. Wir gehen Kloch essen. Mhhh! Ja, gönne! In... ins... äh... Kasamle! Kasam? Und meine Mutter hat das gekocht? Ist es zufällig im Bein? Nee. Ich schnee gerade. Ich kaufe eben was, ja, ich komme vor mir. Ja! 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 Ja, das war aprèsä々 Ich bin so am Zittern, ich schwöre, Digger, Junge, Alter, fucking yeah, ich geh raus, also ihr habt, ey, zum Glück habt ihr Pause gemacht, Inshallah, ne, werdet ihr nicht gegangen zum Essen, hätten wir noch weitergezockt, ich schwöre, ich hätte das nicht bemerkt, Digger, die scheine Wude wäre abgepackelt, Alter, ich schwöre auf alles, die Wude wäre ja abgepackelt, es riecht richtig irgendwie so voll, ja, nach so verkrusteten Käse einfach so, ne, und irgendwie verbrannt, ich dachte, was ist das, Digger, ich geh, ich geh raus, ich guck, ich guck, ich guck, ich finde nix, Digger, ich geh in die Küche, ich seh einen Topf voll mit Butter, was komplett verbrannt ist, Alter, komplett verbrannt, der Topf natürlich noch am Köcheln, Alter, ich mach alles auf, stell das zur Seite, hab ich ein bisschen gewartet, komm ich wieder, Digger, fucking Rauchmelder geht an, Alter, ich krieg erst mal richtig Banik, Digger, weil, Digger, erst mal den Rauchmelder ausgemacht, steh ich in der Küche und dachte, die Scheiße, was mach ich jetzt, Alter, so, und dann hab ich gedacht, okay, ich mach ein bisschen Wasser rein, ein bisschen Wasser mach ich rein, ich mach kaltes Wasser rein, Junge, das ist so, und dann so, das ist so, ich meine, das ist so hochgekommen und dann riecht so, das ist so voll explodiert, Alter, es ist so überall gespritzt, Alter, nee, Junge, ich hab so ein Herz in den Park gekriegt, ne, boah, ich schwör auf alles, hier, geh mal Insta, bist du Insta, Erik, geh mal Insta, hier, guck mal, Alter, warte, ich geh gleich nochmal mit PC rein, dann könnt ihr das auch sehen, ja, guck dich das mal an, Alter, hier, das war erstmal der, hier, das hier war der Top, Alter, guck mal, die schwarze, die Mutter gewohnt, boah, ich bin immer noch, ich, Digga, ich bin voll am Stamischloch, alles, Digga, vielleicht, du kriegst direkt halt Flashbacks, so, weißt du, als damals unser Haus abgefackelt wird, so ist das auch passiert, also so ähnlich halt, imagine, deine Mutter kommt nach Hause und du sagst es dir, gut, schreit dich dann an, nee, nee, hat er nicht, die hat direkt gesagt, so, ja, ich hab's voll vergessen, wenn du euch jetzt mal jetzt ein Schirmes, aber imagine, ihr werdet nicht essen gegangen, und das hätte noch nicht, mal essen, und das hätte noch eine Stunde gestanden, Alter, Digga, aber trotzdem, doch kein Wasser, Digga, bist du behindert, ich hab, ich hab auch gezweifelt, ich dachte auch etwas als eine schlechte Idee, aber das war eine Panikreaktion, ja, einfach runternehmen, fertig, ja, ja, ich hab runtergenommen, als ich runtergenommen hab, bin ich ja wieder hierhin und dann ist der Hochmelder angegangen, nur was ist das heute für ein Stream, Alter, bestimmt wusste der Kiffer das, meine Mutter und Kiffer haben bestimmt Kontakt, so, dann haben die das so gut gemacht, dann haben die das so gut gemacht, Digga, bist du wehend dann? Perfekt, einfach, einfach stuff for you, Digga, so meldest du dich, so meldest du mich, einfach, 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 einfach zu sein, Digga, was machst du da, Digga, was machst du, Digga, was machst du, Junge, ey, Junge, 25, 30, einfach 30 verschenkt, Digga, bist du, ichTraining, das ist so kranker, was ist er denn? Was machst du, Junge, what the fuck, Digga, chill mal, Alter, Digga, du hättest auch einfach alles sagen können, ja, guten Amt, Alter! Was macht das? Alter, bist du... Blade Runner ist gekommen, ne? Ja, was soll man machen mit dem Game? Hey, Holger, komm mal hoch, ich schwöre auf alles jetzt. Ich schwöre auf alles. Ja, Digger, Pit Keeper kommt rein, Junge. Ich erzähl grad, sorry, der kommt rein. Der checkt einfach 50 Subs. Einfach komplett random. Wir sind, Jungs, wir sind jetzt insgesamt bei 76 Subs. Digger, das hört einfach nicht auf. Kuss, Kuss, Digger, Kuss, 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 Kuss. Junge, jetzt sind eins noch mehr. Junge, du fickst noch mehr mein Leben. Junge, noch mehr Adrenalin drin. Und jetzt einfach einen ganz trocken guten Abend. Ja, du hast schon wieder einen Zapf verschenkt, Alter. Bleck, die Jumps zu weh. Junge, L hat sich wohl doch gelohnt, Alter. Heute ist es zu lieb. Ja, ich spiele 50 Abus das jetzt verschenkt. Schon wieder hast du gesch... Ich kann nicht mal reden, Junge. Nee, also die ist nicht mehr... Die ist kein Zapf, hier. Ach, also die folgt mir nicht. Ja, mein Bruder... Mein Bruder... Was? Der hat auch das Sachen geschehen. Ey, Junge, Alter. Ey, du bist behindert zweimal. Hör mal auf, Alter. Ich schwör auf alles, hör mal auf, ja. Junge, das ist gerade zu viel. Ich kann dich nicht aushalten. Ganz fach, meine Bruder abgefackelt, Alter. Und jetzt kommt der überhaupt rein zu seiner Zähne, Digga. MrFist... Hat das alles weggekommen? Oh mein Gott. Weißt du noch? Ja. Digga, wir haben jetzt fast die 80 Abos geknallt, Jungs. 80 Abonnenten. Boah. Ich hab nur 100 Follower, Digga. Digga, du hast schon 77 Abos verschenkt. Ich bin wundervoll. Was sind wir zu nahe, Alter? Ja, das ist deine Strat, Alter. Ja, wir sind jetzt schon bei 9-4. Alle Leute, die wenigen Subs dazukommen... Ey. Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich brauch alles extrem gerne. Digga, was tust du, du behindertes Kind? Du behindertes Kind. Was hast du behindertes Kind, Digga? Schlimm an. Ich kann nicht mehr atmen, Alter. Digga, du hast... Ich kann nicht mehr atmen, Alter. Digga, du Subs dazukommen. Du Subs dazukommen. Du... Ich kann nicht mehr atmen, Digga. Ich krieg ein Shack auf. Ich schau mal alles. Ein Sub, ein Shon, ein Shon. Ja, genau. Und bei Seite, ihr Gerichtverdiener. Du Kalkerbastard, Alter. Ey, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Digga, wer sind diese Leute, Alter? Raphael Gild, Kolak de Pilsch, Alter. Rest and Rip, Alter. What the hell is going on, hier? Wir sind jetzt bei 86 Abonnenten. Ich sag dir was. Du alt. Wenn du Kalkerbastard auf 100 kommst, dann träg ich halt. Dann träg ich halt, Schott. Ich schwör auf alles. Sag ich einfach ehrlich. Sag ich einfach ehrlich. Ich mach einfach, Digga. Juck mich jetzt auch nicht mehr. Abo-Plätze, I, geklärt. Wir haben no shit, Alter. Wie viele fehlen noch? Es fehlen noch 500. Wir sind bei 0. Wir sind bei 0. Nein, es fehlen 24. 20. Alter, hört mal auf. Ja, ich schwör auf alle, Digga. Soll ich mal meine Mom dazu holen? Soll ich mal meine Mom dazu holen? Die glaubt das eh nicht. Die wird das eh nicht glauben. Warte, warte. Bleib mal da stehen. Bleib mal da stehen. Soll ich dir mal was zeigen? Warte. Warte. Erstmal Grüße vom ganzen Chat. Alle Leute, die online sind, die sagen gerade alle Hallo. Kannst einmal Hallo zurück sagen? Hallo. Sag ein bisschen Leute. Hallo. Siehst du? Warte mal. Ich hab dir erzählt. Siehst du das hier? Was hier steht? Guck mal hier oben steht. Der Kiefer mit der Bomb hat blablabla eine Stufe Abo geschenkt. Und? Du weißt noch, erinnerst du mich, wo ich dir das letzte Mal gezeigt habe, dass dieser Typ so viel gespendet hat? Ja. Der hat 25 Subs gespendet. Abonnier... Abonnenten. Ne? Achso. Das heißt, er bezahlt Geld, damit jemand bei mir besondere Sachen bekommt. Achso. Wir waren letztes Stream bei 25. Warte. 101. Stopp. 101. So. Sorry, sorry. Ja, ich musste einmal kurz auf Sturm schalten. Ich musste da kurz was sagen. Wirst du einmal Danke sagen? Dankeschön. Ganz lieb von dir. Nein, ja, ich hab Kopfhörer. Also du hörst eh nur Musik. Jungs, wir haben... Also, Limit ist erreicht. Wir sind jetzt bei 101 Abonnenten. Und ich hab 107 Follower. Das heißt, du hast gefühlt meine ganzen Followerliste. Abos verschenkt. Du kranker Wunder, Alter. Du kranker Wunder, Alter. Du kranker Wunder, Alter. Ja. 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 Oh mein Gott. Ey, ich glaub mein OBS hat sich aufgehalten, Junge. Das hört nicht auf. Ich schwör auf alles, Digga. Jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal ganz real talk des Todes, ne. Boah, ich danke dir so, so, so sehr, ne. Ich schwör auf alles, Digga. Ich danke dir richtig von Herzen, Alter. Ich schwör auf mein Leben. Ich hatte gestern so einen beschissenen Tag. Und heute Morgen auch, ne. Ich schwör auf alles. Ich hatte eigentlich gar keinen Bock mehr, Digga. Ich hatte keinen Bock zu streamen. Ich hatte keinen Bock irgendwas zu machen. Ich hatte einfach richtig schlechte Laune, Digga. Ich war einfach gepfickt, Digga. Komm ins Café, wir müssen reden. Und Digga, boah. Danke, Alter. Ich schwör auf alles, ja. Digga, ich hab, boah. Digga, chill mal ein bisschen, ja. Ich schwör auf alles, Digga. Juge, das hört nicht auf. Das geht immer noch weiter. Das ist gleich so mal irgendwann. Aber so, jetzt erstmal hören wir uns die Mokka von dem Homie an. Bevor wir das machen, Bevor wir das machen, trinke ich jetzt mal einen Shot. Weil das ja unbedingt jeder will. So, ich komm gleich. Ich fang mal kurz einen Shot. Es wird ekelhaft. Ich trinke eigentlich gar keinen Mokka. Geht Wasser auch? Ich weiß nicht, Alter. Weil ich hab das nie mit Wasser gemacht. Ich hab's generell nie gemacht. Egal, passt schon, Jungs. Fass drauf. So, seid ihr bereit? Ja, haut mal eins in den Chat, Alter. Wenn ich jetzt machen soll. Ich mach euch, ich mach das auch hier vorher. Also ich mach das hier auch vor euch rein, damit ihr nicht denkt, dass das Wasser ist. Also hier rein, halt die Flasche. Ich mach aber nicht viel. Ich mach nicht alles voll. Ich schwör auf alles. Ich mach nur ein bisschen. Weil es ist voll übertrieben und ich hab nichts zum Nachdenken. Ich hab nur Wasser hier. Okay. Okay. Damit ihr das doch sehen könnt. Wisst ihr mal. Okay. Oha, Alter. Okay. Halbes Finschen nehm ich jetzt. Ne. Das riecht einfach nach purem Desinfektionsmittel, Alter. Sorry, Jungs. Ich hab das okay bekommen. Ja, ich sag euch ehrlich, Alter. Ne. Ich will kein Alkohol, so wisst ihr wie ich mein. Wann hab ich das letzte Mal getrunken, Alter? Vor vier Jahren, Alter. Was weiß ich dir, wenn ich das letzte Mal getrunken hab. So wisst ihr. Ich dachte wir hätten auch Gewürzkurken. Ja, hab ich mit Gewürzkurken gemacht. Okay, komm. Also. Das ist so widerlich. War gut. Boah. Wie das im Rappen so warm wird, Alter. Boah. Ja, lecker, ja. Und das Wasser hier. Und ein normales Wasser, oder? Ja, komm, Alter. Schön mit Vorurteilen. War lächerlich. Boah. Es war... Es war... Es war besser als ich gedacht hab. Ich dachte... Es wäre schlimmer. Digger, mein Bein ist voll mit Blut, Alter. Wollt ihr das mal sehen? Ich hab mir voll was aufgekratzt, Alter. Ich zeig's euch mal. Inshallah, ich werd nicht gebannt, ja? Hüpft euch das mal an. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist Blut. Blut. Ich hoffe, ich werd nicht gebannt. Ich muss das mal kurz wegmachen. Ich verarste das mal kurz. Fuck das. Ich komm sofort. Jungs, wir machen Feierabend für heute, Alter. Schon fast halb zwei. Blut. Jetzt erstmal aus dem Discord raus. Jungs, haut rein, Alter. Klar. Weil... Ich würd sagen, wir sehen uns morgen hoffentlich. Morgen Abend. Wenn du heute wieder eine Herzattacke verursacht, Alter, dann werd ich nochmal Versicherung abschließen. Extra Krankenversicherung. Aber auf jeden Fall, ja, auch damit... Du wirst auch... Damit ich dir das auch mal so sagen kann, Digga. Ich schwörfe alles. Danke, Junge. Mal ohne Spaß, ne? Du rettest unnormal mein Leben mit dem Scheiß, ne? Ich schwöre, Digga. Du kannst dir das halt nicht vorstellen, wie lange ich dafür gekämpft hab, Alter. Diesen Traum halt zu streamen halt aufzugegeben, ne? Wie viel ich damit gefeitet hab, so. Weil da hängt halt so viel zusammen, ne? Digga, ist schon... Ihr habt ja auch damals... Wir haben ja mal zusammen meine alten Videos geguckt. Habt ihr ja selber gedehnt, vielleicht, Alter, was ich da für ein Spezialismus bin. Aber halt schon... Da merkt man schon so... Als Kind so wollte ich halt immer Videos machen und streamen und so ein Shit, Alter. Und dass ich jetzt so wieder diese Möglichkeit bekommen hab, das wirklich zu machen. Also wirklich machen zu können, dass ich sehe, dass immer Leute im Stream sind, dass wir jetzt auch wie heute, dass wir zusammen... Mag, Alter, dass wir alle zusammen zocken können und so. Ist einfach Baba, ja? Danke ich euch ehrlich. Ist einfach zu krank. Ja, aber... Weißt du was, Süßer? Ist so, Digga. Ist so. Wenn ich jetzt schon wieder anfange zu heulen, Digga. Ich werd sowieso gleich dran, wenn du schlafen gehst. Immer so. War beim letzten Mal auch so, ich schwör. Ah, fucking eh. Okay, gut. Daistet Melancholi. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie dice denn. Untertitelung des ZDF, 2020